Märchen haben im Ballett eine lange Tradition. Deswegen widmen André Kaidonowski und Wesna Orlicz ihre Choreografien dem Märchen Das hässliche Entlein von Hans Christian Andersen und der morgenländischen Erzählung Tausend und eine Nacht. Zur Musik von Modest Mussorgsky und Nikolai Rimsky-Korsakov zeichnen die zwei Familienballette einerseits die Geschichte eines selbstzweifelten Außenseiters nach, andererseits die umkämpfte Liebesgeschichte einer Prinzessin, um schließlich doch in einem versöhnlichen Happy End zu münden. Tauchen Sie ein in die orientalische Welt von Tausend und eine Nacht. Lassen Sie sich verzaubern und begleiten Sie das hässliche Entlein auf seinem beschwerlichen Werdegang zum freidenkenden Schwab. Untertitelung des ZDF, 2020